Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich was gefunden bei uns in der Nähe. Lost Place Pur. Das ist schon länger verlassen. Viele werden es kennen, andere nicht. Aber ich dachte, ich sage jetzt mal keinen Ton und zeige euch das Ganze mal. Und dann würde ich sagen, ich schalte mal um. Ja, dann gehen wir noch mal weiter. Das war jetzt nichts besonderes. Hier scheinen die ganzen Stromzufuhr gewesen zu sein, was im Endeffekt hier alles schön säuberlich geschalten hat. Schon krass. Also echt ein Riesenareal, was hier einfach brach steht. Und ich vermute mal, das muss irgendwas gewesen sein. Pancha Wasch Platz. Panzer Wasch Platz. Oder halt im Endeffekt Munitionsdiveau. Irgend so was. Schon krass. War auch gar nicht so einfach hier rein zu kommen. Aber ich habe es geschafft. Hier vorne sind auch nochmal zwei Häuser. Also hier ist ein Haus. Und da vorne um die Ecke ist ein Haus. Und hier geht es dann wieder. Hier geht es dann wieder zu dir. Ja, ich würde sagen, Lagerhallen oder irgendwas in der Richtung. Also würde ich jetzt mal behaupten. Schon krass, ne? Das sind schon echt krasse Dimensionen. Ein paar Fotos für Insta habe ich auch schon gemacht. Das war gerade eine Hubschraube. Hat er mich gesehen. Hm, vielleicht verhaften. Ja, also ist schon geiler Scheiß. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir schauen uns das hier noch ein bisschen an. Und dann beenden wir das Video wieder, weil das ist jetzt nichts Spektakuläres in dem Sinn. Aber erstmal was Kleines, Feines aus der Heimat. Ja, das würde ich doch sagen. Geile Scheiße. Geile Geschichte. Ne? Frank ja halt, ne? Ja, wie gesagt, vielen Dank an alle, die mich unterstützen, die mir Support geben. Ein Dankeschön dafür, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr den Kanal liked und dass ihr so fleißig im Endeffekt mich supportet. Genießt das noch ein bisschen. Krass. Geile Geschichte. Schon geil. Jetzt schauen wir uns doch mal die anderen paar Häuser an, die direkt am Eingang stehen. Und dann würde ich sagen, verschwinden wir wieder. Also das hier scheint irgend so ein Bewachungshäuschen gewesen zu sein. Und das hier auf jeden Fall scheint auch irgend so in die Richtung gewesen zu sein. Jetzt ist noch nichts mehr drin. Aber es scheint sowas in der Richtung gewesen zu sein. Dann schauen wir noch mal hier. Ja, dann würde ich sagen. Ach, okay. Ja, vielen Dank. Außerdem. Dann. 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 Dann.